Hallo, ich bin Julia Zwang und bin hier im Fachbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Assistenz. Hallo, ich bin Matthias Stockham und ich bin bei uns zuständig für den Online-Bereich, die Sozialen Medien und die Homepages. Hallo, ich bin Ulte Teestmeyer. Ich bin seit eineinhalb Jahren hier im Team und kümmere mich um die Printproduktion von Flyern und Sprustern und außerdem unterstütze ich Matthias Stockham bei der Online-Kommunikation. Hallo, ich bin Franziska Kückmann. Ich kümmere mich hier im Fachbereich vor allen Dingen um die klassische Pressearbeit. Ich bin viel in unseren Einrichtungen unterwegs, schaue Pressemitteilungen und halte auch die Kontakte zu den Redaktionen. Ich bin Roland Knillmann. Ich leite das Team der Öffentlichkeitsarbeiterinnen und Öffentlichkeitsarbeiter und wir versuchen für die Kollegin, die die Pressearbeit macht, eine Elternzeitvertretung. Musik 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 Musik